Jo, die Vorbereitung auf dem Weimarer Zielballmarkt. Laufhin auf Hochtouren. Ich habe hier sogar schon mal ein kleines Importspekt gefunden. Und auf jeden Fall hier hinter mir ist das Schloss. Und ja, hier performt auch schon unser MC Fitti auf der MC Fitti Bühne. Also diese Stage wird eventuell geprankt. Nicht gebrochen. Also hier ist auf jeden Fall MC Fittis Bühne. Und da wird dann Fett Props gegeben und Props genommen. Und hier unten wird sich dann Aidan Pearce aufhalten und den Stecker ziehen.